Der Vater, die Mutter, der Sohn, die Tochter. Wo ist die Mutter? Mama, wo bist du? Ich bin hier. Wo ist der Vater? Papa, wo bist du? Ich bin hier. Wo ist der Sohn? Er ist da. Wo ist die Tochter? Sie ist da. Wo sind die Eltern? Sie sind da. Wo sind die Kinder? Kinder, wo seid ihr? Hier sind wir. Was ist das Rote? Schwupps, das ist eine Rakete. Was ist das Weiße? Schwupps, das ist die Sonne. Was ist das Grüne? Schwupps, das ist ein Planet. Was ist das Gelbe? Schwupps, das ist der Mond. Was ist das Bunte? Schwupps, das sind Sterne. Ich bin der kleine grüne Roboter. Ich bin der kleine gelbe Roboter. Wer ist das? Das ist der kleine blaue Roboter. Wer seid ihr? Wir sind die großen rosa Roboter. Das sind die großen weißen Roboter. Wie viel Uhr ist es? Es ist ein Uhr. Wie viel Uhr ist es? Es ist drei Uhr. Wie viel Uhr ist es? Es ist fünf Uhr. Wie viel Uhr ist es? Es ist halb sechs. Wie viel Uhr ist es? Es ist Viertel vor sieben. Wie viel Uhr ist es? Es ist Viertel nach acht. Groß, klein, mittel. Welcher Planet ist der größte? Der gelbe Planet ist der größte. Welcher Planet ist der kleinste? Der rote Planet ist der kleinste. Lang, kurz, mittel. Welche Rakete ist die längste? Die blaue Rakete ist die längste. Welche Rakete ist die kürzeste? Die gelbe Rakete ist die kürzeste. Hell, dunkel. Hell, dunkel. Welche Sterne sind heller? Die weißen oder die blauen? Die weißen Sterne sind heller. voll, fast leer. Welches Glas ist voller? Das gelbe oder das rote? Gelbe Glas ist voller. Das gelbe Glas ist voller. Das Bett Das Bett Warum bist du im Bett? Weil ich müde bin. Die Waschmaschine Warum seid ihr in der Waschmaschine? Weil wir schmutzig sind. Die Werkstatt Die Raketen Warum sind die Raketen in der Werkstatt? Weil sie kaputt sind. Die Küche Warum seid ihr in der Küche? Weil wir hungrig und durstig sind. Trinken Essen Warum trinkst du Öl? Weil ich durstig bin. Essen Warum isst du Gabeln? Weil ich hungrig bin. Ist das die Sonne? Nein, das ist nicht die Sonne. Das ist ein Stern. Ist das der Mond? Nein, das ist nicht der Mond. Das ist ein Planet. Bist du eine Frau? Nein, ich bin keine Frau. Ich bin ein Roboter. Sind das Raketen? Nein, das sind keine Raketen. Das sind Sternschnuppen. Seid ihr Außerirdische? Nein, wir sind keine Außerirdischen. Wir sind Kraken. Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Samstag Sonntag Wie war das Wetter am Montag? Sonntag Es war sonnig Wie war das Wetter am Dienstag? Sonntag Es war bewölkt Es war bewölkt Wie war das Wetter am Mittwoch? Sonntag Es war windig Wie war das Wetter am Donnerstag? Sonntag Es war kalt Und wie war das Wetter am Wochenende? Sonntag Und wie war das Wetter am Wochenende? Sonntag Es war sehr schön Wie war das Wetter am Wochenende? Sonntag Ich war schon in Paris Ich war noch nie in New York Du warst schon auf Hawaii Du warst schon auf Hawaii Du warst noch nie in Pisa Sie war schon auf der Venus Sie war noch nie auf dem Mars Wart ihr schon auf dem Jupiter? Wart ihr schon auf dem Jupiter? Ja, wir waren schon auf dem Jupiter Wart ihr schon auf dem Saturn? Nein, wir waren noch nie auf dem Saturn Sie waren noch nie auf dem Mond Aber vielleicht waren sie schon auf der Erde Und wie war das Wetter am Wochenende? Also haben wir noch nie auf dem Jupiter Själp